hallo zusammen gestern kam das robato 2 an welches mir von olight für ein video zur verfügung gestellt wurde und ich bin ziemlich begeistert von dem teil gerade von dieser version hier mit diesen richtig schönen micata griffen also das hat es mir echt angetan daher dachte ich ich mache noch mal schnell ein kurzes video zu dem robato 2 das gibt es nämlich noch bis zum 29.11 bei dem aktuellen olight sale mit einem deutlichen rabatt konkret bedeutet das dass man die micata version hier für 81,56 euro bekommt und für die alu version zahlt man 86,36 euro und ich habe einen 5 euro gutscheincode für euch mit dem ihr noch mal ein paar euro sparen könnt den werde ich euch mal einblenden und es gibt bei dem sale auch wieder was zu gewinnen und zwar wird olight unter all denjenigen die während dem sale was über meinen affiliate bestellen sechs leute ziehen die dann den kompletten einkaufspreis erstattet bekommen ihr findet den link in der infobox und im obersten kommentar aber genug organisatorisches ich hatte zu dem robato in anführungszeichen 1 bereits ein video gemacht und von der verarbeitungsqualität und dem spielspaß hat es mich auf jeden fall überzeugt allerdings bin ich nicht so der größte fan von diesen farben also schwarz mit blau ist einfach nicht so mein ding genauso wie die tanto klinge mag hin und wieder mal ganz lustig sein oder spaß machen und sieht auch recht rasant aus aber in der praxis bevorzuge ich doch eher schiebsfurt oder drop point klingen wobei das natürlich beides geschmackssache ist keine frage aber ich habe mir hier dieses robato unbedingt mit micata griffen gewünscht und einen monat später kam dann jetzt das robato 2 raus mit diesen richtig schönen micata griffen und eine modifizierten schiebsfurt klinge oder reverse tanto klinge raus was auch ein bisschen kleiner ist auch das gefällt mir eigentlich ganz gut so mal im direkten vergleich also ist schon stückchen kleiner von daher würde ich mal sagen hat das robato 2 eigentlich nicht so viel gemeinsam mit dem robato 1 also der griff ist ein bisschen anders geformt micata g10 guter klingstahl ist gleich geblieben 154 cm aber auch hier die klingen formen tanto und reverse tanto oder schiebsfurt wie auch immer raylock ist gleich geblieben allerdings hier noch mit einer rundung nach außen und hier mit einer kleinen wölbung nach innen griffen komplett anders hier die schleifkerbe rund und hier eckig also im grunde hätte ich das nicht unbedingt als robato 2 bezeichnet das einzige was sie hauptsächlich gemeinsam haben ist halt eben die verriegelung mit dem raillock hier das ist die hauptgemeinsamkeit ansonsten haben sie doch einige sachen die deutlich anders sind aber nichtsdestotrotz gefällt es mir extrem gut mit sicherheit auch wegen den micata griffen also ich finde so unlackiertes micata fasst sich einfach ungemein angenehm an es ist noch ein bisschen kleiner geworden auch das finde ich gut von der größe ist es jetzt vergleichbar mit einem kleinen sebensa das kann ich euch mal daneben halten also die sind bis auf wenige millimeter gleich groß aber auch ein paar gemeinsamkeiten wobei ich das hier als warncliffe klinge bezeichnen würde vielleicht noch ein paar andere messer zum größenvergleich wenn ich schon dabei bin hier ein benchmark back out auch ähnlich groß das park aus ein paar millimeter größer und weil es so bekannt ist dass bei der co uk pk auch die sind bis auf wenige millimeter gleich groß uk pk ist ein paar millimeter kleiner vielleicht so drei vier millimeter vielleicht fünf millimeter aber so grob relativ ähnliche grüßenklasse und das robato 2 hat es jetzt innerhalb von einem tag in die top 3 von meinen o knife messern geschafft neben dem beagle was ich auch sehr schön finde und dem freeze mit den kupfergriffen also die gefallen mir alle drei richtig gut das ist meine top 3 auswahl von o knife messern relativ unterschiedlich muss ich wirklich sagen also hier ist es dieser schweren kupfergriffe die es mir angetan haben aber auch langsam eine patina bekommen und hier die micata griffe also ich stehe einfach auf micata und hoffe dass o knife in zukunft alle modelle auch direkt mit micata griffen immer raus bringt dann mal zu den technischen daten das robato ist 18,1 cm lang und davon entfallen 7,4 cm auf die klinge die klinge ist aus dem 154 cm stahl einem ordentlichen mittelklasse stahl den ich eigentlich sehr gerne mag und die klinge ist 2,8 mm stark und hinter der schneidphase habe ich 0,42 mm gemessen also ein sehr guter wert und das bestätigt sich auch in der praxis also ich habe damit mal ein paar kartons zerkleinert und es hat sehr gut funktioniert also es ist sehr schneidfreudig und genau wie das robato 1 verriegeln beide über einen rail lock so bezeichnet o knife diese verriegelung der ein oder andere von euch kennt das vielleicht noch als access lock das ist der name bei benchmade allerdings ist die bezeichnung weiterhin patentiert also andere hersteller dürfen die verriegelung übernehmen aber den begriff anscheinend nicht nicht das richtig verstanden hat von daher heißt es jetzt hier einfach rail lock ich kann mir auf jeden fall vorstellen dass die ein oder andere frau oder freundin recht schnell genervt davon ist wenn man den ganzen abend auf dem sofa setzen das messer auf und zu flippt macht auf jeden fall richtig viel spaß aber das hat auch noch einen technischen vorteil und zwar sind die finger nicht in dem klingen lauf drin also bei einem line lock wenn ich den entriegeln ich kann euch das mal hier zeigen also wenn ich den hier entriegeln dann sind die finger hier im klingen lauf drin wobei ich mich da auch noch nie geschnitten habe aber hier sind die finger halt eben nicht im klingen lauf und damit ist es noch mal ein bisschen sicherer klinge läuft auch sehr weich also ich mache das mal hier so auf und zu indem ich nur den griff bewege also hier so wenn ich es zuklappen lasse das ist schon richtig beeindruckend wie leichter klingen lauf ist das kommt daher da die klinge auf kugellagern läuft ich muss sagen wir wären hier ehrlich gesagt wascher lieber gewesen auch wenn es da nicht ganz so leicht laufen würde und die klinge ist einhändig zu öffnen und verriegelt offensichtlich damit ist es dann leider nicht 42 a konform was das gewicht angeht da habe ich bei der mikata version 93 gramm gemessen und bei der alu version 110 gramm noch kurz zur verpackung beide messer kommen in dieser o knife typischen verpackung hier mit den wichtigsten daten außen und einem 3d aufdruck was dann auch noch mitgeliefert wird es ist so eine kleine pouch die mir richtig gut gefällt und hier finde ich diesen kontrast mit blau zu schwarz sogar ganz gut hier drin so ein leichtes mikrofaser futter drin und ich mag diese pouch einfach so gerne weil sie so kompakt ist also messer sind hier grundsätzlich relativ robust da brauche ich dann keine pouch die irgendwie ein zentimeter stark gefüttert ist die muss ein bisschen vor kratzern schützen und wenig platz wegnehmen dann bin ich zufrieden von daher mag ich diese kleine pouch hier sehr gerne und als letztes wird dann auch noch so eine münze mitgeliefert einmal in kupfer und einmal in messing und auf der rückseite sitzt dann ein krokodil oder alligator auf dem robato ich muss gestehen dass die münzen bei mir über kurz oder lang irgendwann in einer schublade landen was ein bisschen schade ist auf der nettes cooles kleines gimmick dass die mitgeliefert werden so ein kleiner bonus also irgendwie freue ich mich darüber aber auf der anderen seite habe ich der praxis keine verwendung für ich bin ein bisschen hin und her gerissen also alles in allem gefällt mir das robato 2 richtig gut und zusammen mit dem beagle und dem freeze sind das jetzt meine drei lieblingsmodelle von oknife die mikata griffe machen einfach einiges sehr also die sind richtig schick aber auch die alu griffe sind schön also man hat hier so einen od grünton oder oliv grünton also auch hier sehr schick alu liegt ein bisschen weniger griffig in der hand im vergleich zum mikata also die karte liegt einerseits ein bisschen angenehmer in der hand weil es ein bisschen natürlicher sich anfasst aber es bietet auch ein bisschen mehr grip aber dafür hat man das problem dass mir karte irgendwann so ein bisschen dunkler wird das muss man ab und zu mal ein bisschen abwaschen wenn man das nicht möchte an den alu griffen wird sich vermutlich nichts ändern hat hat alles seine vor nachteile mikata ist ein bisschen leichter alle ein bisschen schwerer muss jeder für sich selbst entscheiden auf jeden fall hat man hier einen raylock mit dem man richtig viel spiel spaß haben kann und seine frau oder freunde nerven kann die verarbeitungsqualität ist auch wirklich tip top die genau genommen bei allen oknife messern die ich bis jetzt in der hand hatte also die hatten alle kein spiel bis jetzt die waren alle gut verarbeitet hier überhaupt kein klingenspiel und auch die klinge sitzt absolut mittig ich denke das dürfte man erkennen also was das angeht da kann ich überhaupt nichts aussetzen die schiebsfurt klinge gefällt mir auch optisch sehr gut ich hatte mich auch bei meinem sebensa für so eine insingo oder schiebsfurt klinge entschieden bei eher warncliffe würde ich mal sagen ja also für so eine warncliffe klinge das ist eigentlich genau der klingen vom typ den ich mag auch sehr schneidfreudig mit 0,42 mm also da haben sie wirklich einiges sehr richtig gemacht einen kritikpunkt habe ich allerdings auch wobei das natürlich geschmackssache ist aber ich mag diesen blauen ring hier um die achsschraube nicht genauso wie diesen blauen daumen pin und ich bin da schon am überlegen wie ich das ändern könnte also vielleicht werde ich das eine oder vielleicht sogar beide ein bisschen modden ich habe mir überlegt dass ich hier vielleicht sogar einen stonewash finish auf die klinge machen könnte genau wie ich es bei dieser mikata version hier schon habe also so ein schönes stonewash finish das finde ich noch ein bisschen schöner und vielleicht auch die griffe mit dem stonewash finish versehen ich habe da ein benchmark 940 mit dem stonewash finish hier oben wird man das hoffentlich erkennen und so ein finish wie ich hier habe überlege ich hier drauf zu machen dazu dann halt noch die klinge mit dem stonewash finish versehen vielleicht so ein aced stonewash finish die blauen stellen hier runter machen das logo hier entfernen und vielleicht auch bei dem hier den clip noch ein bisschen anätzen dass er ein bisschen dunkler wird und ein bisschen besser zu diesem endzeit finish hier passt ich habe hier so ein benchmark mini kryptilian bei dem das so ist wie ich mir das ungefähr vorstelle also hier dieses stonewash finish und die mikata griffe und dann halt den clip noch ein bisschen dunkler so wie ich ihn jetzt hier halt beim benchmark habe und vielleicht auch so ein finish hier drauf bei dem hier mit den alugriffen also quasi diese klinge hier an also vom finish von der optik her vielleicht mache ich von dem umbau auch ein video ihr könnt ihr mal einen kommentar hinterlassen ob ihr daran interesse habt ja das soll es dann auch schon wieder gewesen sein und wie gesagt wenn ihr was bestellt dann vergesst den 5 euro gutschein code nicht macht's gut und bis zum nächsten mal